Jetzt bist du im Video. Hallo mein Freund. Hallo. Na? Wollte dir viel Spaß wünschen heute bei deiner ersten Fahrradtour dieses Jahr. Das Fahrtour dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ich denke an euch. Wir nicht, an dich. Tschüss, viel Spaß. Ja, willkommen zum neuen Video. Nach dreieinhalb Monaten oder so, das erste Mal wieder auf dem Fahrrad. Was soll ich denn dazu eigentlich sagen? Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier irgendwo hochgegorkt. Die Jungs haben mich irgendwo runtergescheucht, was ich noch gar nicht kannte. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, was ich sagen soll. Außer, ich bin wieder da. Ich kann es gar nicht erwarten. Oh, das fühlt sich gut an. Meine Uhr ist auch noch im Winterschlaf. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll jetzt. Strava, oh, it didn't happen. Das wäre sehr interessant. Wir haben uns schon mit Pfeilen. Alter, lassen sie oben weitersprechen. Lassen sie oben weitersprechen. Du stehst in der Linie. Ich stehe in der Linie. Klar. Okay. Sehr schön. Wir haben es weit geschafft. Na ja, das sind gewohnte Bewegungen. Das läuft richtig gut. Weitendig vor allem. Na ja, das sieht ja ganz anders aus. Ich weiß. Falschleit. Haha. Oh. Oh! 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 Jungs, Alter! Was ist das hier für eine Linie? Was ist das hier für eine Linie? Was ist das hier für eine Linie? Meine Beine sind abgeklappt Ey, das war ja nur ein bisschen wild darunter Das war genau das Richtige für die erste Fahrt mit den Agenten loszufahren Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, wenn ihr lange nicht gefahren seid Ob ihr ganz easy wieder anfangt oder ob ihr einfach weitermacht, als wäre nie was gewesen Spaß gemacht hat es, aber ja, wie ich schon gesagt habe, die Augen sind immer größer geworden Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe hier gar nichts im Griff Naja Mal gucken, wie es weitergeht Oh! 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 Okay. hey Jungs, wirklich, die versteht es einen aus dem Winterschlaf zu holen bei dem Sprung hier unten, das wäre nicht schlecht gewesen, wenn man das gewusst hätte danach kommt so eine kleine Rad, da muss man ein bisschen weiter hinten stehen, dann geht man fast nicht drüber über den Sprung, den war ich aber rechts am Hang und dann bin ich einfach nur so in den da reingerutscht das war ganz cool und bei dem Bergaufstück war auch geil, dass sich Lukas vorher schon Zeit gelassen hat das heißt, so ohne Schwung hoch ist auch geil, kann man ausprobieren ja, ich habe vergessen zu schalten, ich habe auch schon mal früher naja, ihr versteht auf jeden Fall einen aus dem Winterschlaf zu holen 6.10.23, die gehen doch super rein die gehen doch super rein, wir haben ja einen richtigen Kapselladen jetzt du kriegst ja übelte Kiefermusstel hier man muss schon ganz schön arbeiten, ne? ja oh Jungs, am Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen man muss schon ganz schön das ist mit Böden wir werden dann auch noch mal wie wir sind das ist richtig das ist 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 Oh Die ist jetzt gleich gematsche, ne? Wow Oh Oh Hey du kannst du dich Wow Oh 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 Alter Boah, ich seh ja gar nix Boah, was machst du denn hier ständig mit deiner Eierpfeile? Bastelbude Was hat hier denn Lenk? Hohoho Boah 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 Das war sehr schön, jetzt reicht's Jungs, es hat mich gefreut War sehr geil